Herzlich Willkommen zur 18. AZK. Die AZK steht für unzensierte Gegenstimmen, Aktualität, Internationalität, Synergie und kompetente Fachstimmen. Wir bauen Brücken zwischen Wahrheitsliebenden aus aller Welt. Es sprechen für Sie Gründer Ivo Sasek, enthüllte Justizgeheimnisse an alle. Andreas Thiel, Recht und Gerechtigkeit, Gesetz und Moral. Beate Bahner, Corona-Impfung, was Ärzte und Patienten unbedingt wissen sollten. Heiko Schöning, das Zeitalter der Biowaffen hat begonnen, wie können wir uns schützen? Florian Pfaff, Friede und Sicherheit, warum wir eine bessere Politik brauchen. Und Dr. Astrid Stirkelberger, die WHO, die UNO und deren Plan eines weltweiten Staatstreichs gegen unsere Freiheiten. Lassen Sie sich diesen Tag nicht entgehen. Alle Inhalte finden Sie demnächst unter Hashtag AZK18. AZK, wir schreiben Zeitgeschichte.